Happy's und Willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Jedes Mal muss ich überlegen, wie das Spiel heißt. Das gibt's doch nicht. Dieses Lords of the Fallen hat mich richtig körig gemacht. So, was ich jetzt erstmal machen möchte. Mir fiel da doch was ein. Und zwar haben wir ja doch noch jede Menge Seelen. Ja gut, das bringt jetzt nicht sehr viel. Ich hätte mir da mal ein bisschen mehr erhofft. Benutzen. Ja, das bringt schon ein bisschen mehr. Denn wir brauchen ja jetzt mal Seelen. Kann ich... Ah. Denn ich will ja... Ah, sehr schön. Können wir also gleich mehrere auf einmal nutzen. Ich will ja mal hier was machen. Und zwar... Feuer. Feuer auf mein Schwert. Ne, ich brauch immer noch mehr. Alter. Halt die Fresse. So. Nutzen wir einfach mal alle. Ich glaube, es wird immer noch nicht reichen. Ne. Reicht immer noch nicht. Ich muss doch noch mal kämpfen gehen. Ich will da Feuer drauf haben. Einfach aus Prinzip. Ich bin noch mal gespannt, was wir aus alten Dark Souls-Teilen erkennen werden. Aus Dark Souls 2 werde ich nicht viel erkennen. Dark Souls 1 vielleicht ein bisschen. Ich möchte, glaube ich, diesmal noch mal hier lang gehen. So. Du Pappnase. Boah. Fiffi hier nicht stirbt. Ja. Na komm, Fiffi. Hier. Putt, putt, putt. So. Da müsste ja auch gleich mal der von unten kommen hier. Ja, da ist er. Aber der da kommt halt auch. Aber keiner will zuerst, oder was? Ein bisschen auf die Aufsdauer achten. Boom. Bam. So, mein Freund. So, dann hatten wir da unten den. Will ich mich hier jetzt erst mal umgucken. Hi. Ja, komm. Ja, wo ist er denn? Au. Ist aber nicht nett. Los, witz auf. Mann. Alter. Ach, das gibt's doch gar nicht. Der hört ja gar nicht mehr auf zuzuhauen. Na, das gibt's ja nicht. Was ist denn das für ein Scheiße? Boah. Wie nervig. Das Spiel auch schon zum Anfang sein kann, ne? Irgendwas habe ich bestimmt schon wieder falsch gemacht am Anfang. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen auf Vitalität gehen. Das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. So, ich baue erst mal meine. Der da unten kommt noch nicht. Okay. Der bewegt sich erst langsam zu uns. Das heißt, theoretisch der Pisschen beeilen. Ich werde es mal in hier machen. Scheiße. Nö. Nein, nein. Ach, hör auf. Nö. Ach, das ist doch zum Kotzen hier. Was sind denn das für Kack-Gegner? Ich brauche definitiv mehr Schaden. Das gibt's doch gar nicht. Kann doch nicht die ganze Zeit schon am Anfang... Ich komme hier überhaupt nicht vorwärts. Ich will mir nicht Schaden hier machen, ey. Macht das dann auch keinen Spaß. Dabei haben wir eine Geschicklichkeitswaffe müssen. Durch Skalierung. Oh, Junge. Du nervst! Meine Fresse. Das gibt's doch nicht. Ich verkacke ja nur. Boah. Ist das nervig. Ja, wir sollten auf Vitalität mal ein bisschen gehen. Dass wir auch mal was aushalten hier. Wir brauchen einfach auch mehr Schaden. Das gibt's doch nicht. Wir machen kaum Schaden hier. Nein, wir brauchen nicht. Nein, nein. Nein, nein. Nö, nö. So. Zählen wollen. Na, dann gucken wir mal nach ihm hier. Hallöchen. Nööö. Warum rollst du nicht zurück, Idiot? Jetzt macht er wieder seine Millionen Schläge. So. Penner. He he he. Eigentlich würde ich jetzt gern zurückgehen, aber irgendwie will ich auch gucken, was es hier noch so gibt. Verschlossen. Du lebst aber. Habe ich doch gewusst. Du Sackgesicht. Söhle eines verlassenen Leichnamens. Hier hinten noch. Irgendwas? Nein. Nein. Okay. Wird der sein können. Okay, dann hat sich das hier schon mal sehr gelohnt. Da geht's noch hoch. Die Frage ist, wie will ich da hoch? Mob-Gegner. Ach gut. So. Okay. Oh. Okay. Sowas kennen wir ja. Oh. Muss ja auch fassen. Ja. Warum bin ich nicht einfach zum Leuchtfall zurückgegangen? Warum? Ich will doch nur die Scheißseelen zusammenkriegen, Mann. Boah. Was war denn das, ey? Ja, sowas kennen wir halt. Das ist ja das, was der erste Boss auch gemacht hat. Er wurde zu so einem Kackwesen. Könntest du das Vieh vielleicht mal anvisieren? Nee, Junge. So, jetzt hab ich hier mal die Schnauze voll. Ja. Alter. Mach jetzt mal auf. Deine Angreisse nerven mich ja ein bisschen. Oh, helle Bade. Ist ja eine ziemlich nette Waffe. Alter, kannst du jetzt mal den anvisieren? Aber... Äh. Ja, da sind wir ein bisschen... zu schwach für, würde ich sagen. Alter! Verarsch mich doch nicht. Ich hab den noch voll getroffen. Groß Axt. Ja, das ist alles Sachen. Die ich vermutlich... Äh. Ja, das... Kann ich alles nicht nutzen. Jetzt müsste ich... Mal schnell meine Seelen holen, da oben. Das sind nicht meine Seelen. Das sind nicht meine Seelen. Das sind nicht meine Seelen. Danke schön, Schuss. Ich will jetzt hier Feuer auf meine Waffe packen. Verfolgt er mich? Nö, ne? Oh, guck mal, wie ist da oben... rumgurkt, das Mistvieh. Nö, nö. Nö, nö. Nicht mit mir. Nicht mit mir, mein Freund. Aber den werden wir uns auch irgendwann noch holen. Erst mal gucken, dass wir jetzt hier... die Waffe verbessern. Ui. Und da ordentlich Feuer drauf knallen. äh, durchwirken. So. Ja, ja. Und können wir vielleicht sogar schon... eine Stufe aufsteigen? Ich hätte gern... Ja, Vitalität. Genau. Oder? Kondition. Ne, Vitalität. So. So ein bisschen was... mehr aushalten. So. So. So, jetzt haben wir Feuer drauf. Und jetzt will ich da nochmal hingucken gehen. Vielleicht können wir jetzt den da oben mal... ein bisschen nerven. Wir haben noch ein bisschen... mehr Vitalität jetzt. Okay. Leichte Armbrust. Ist ja auch ganz nett. Mal gucken. Hier. Aber... Ja, weiß ich nicht. Bräuchten wir, glaube ich... Pfeile. Wir haben nur... Na ja, Gott. Wir haben Pfeile und Bolzen. Könnten also... Könnten also... schon hier noch... Erstmal gucken. Okay. Oh. Profi kommt. Profi stirbt. So, kann man es natürlich auch machen. Was steht hier? Vorsicht. Vor Scharfschütze. Ja, der hat schon Feierabend. So. Dann haben wir hier die zwei. Backstab. Gehen wir mal zu Wufi. So, dann reden wir mal mit ihm hier. Hey, du da. Machen wir auf jeden Fall jetzt... definitiv schon mehr Schaden. Ja. Definitiv. Mehr Schaden. Wo ist er denn jetzt hier? Hey, du. Was ist denn los? Ich vergaß, dass da ja noch einer ist. Macht aber nix. Nö, er hat Feierabend. Ja, mit Feuerschaden... ...hauen wir hier schon mehr rein. Lebt hier noch irgendeiner? Ach, er hier. Ich dachte, er ist schon tot. Habe ich mich wohl geirrt. So, machen wir nämlich erstmal... Ich will nochmal versuchen. Mist. Ah. Ich habe ihn... ...rechtzeitig erwischt. Könnte er sich nicht verwandeln. Aber ah, jetzt hör doch auf. Da hoch geht's nicht. Okay. Gut. Hier irgendwas. Nö. Schade. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Leuchtfeuer, würde ich sagen. Oder? Nö. No way. Was gibt's hier? Ist das etwa Gott? Nö, dein Mutter. Ist hier noch? Nö. Gut. Hat sich sehr gelohnt, hier hoch zu gehen. Hat sich ja sehr gelohnt. Macht ja nix. Immerhin haben wir nochmal ein paar Seelen abgegriffen. Jetzt gehen wir zum Leuchtfeuer. So. Krass. Reisen werden wir jetzt noch nicht. Nö. Können wir hier nicht bei jedem... ...Viertelchen... ...ne Reise machen. Können wir hier mal noch ein bisschen durchlaufen. Ja, ist gut. Ein paar Seelen einfangen. Ein paar Seelen einfangen. So. Wir haben ihn jetzt also daran nämlich nur... ...seine Kollegen zu rufen. Und... ...dementsprechend... ...nervt uns da jetzt auch keiner. Aber... ...wir nerven die. ...he... 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 Ja, mit dem Feuerschaden ist das schon ganz nice. Brandbombe. Sehr schön. Ach, guck mal. Ich wollte jetzt eigentlich zurück zum Feuerchen. Ah. Alter, hört auf. Yay. Was zur... Wer hat denn da geworfen, sag mal? Da oben der oder was? Boah. Das war jetzt super schlau. Meine Seelen möchte ich mir aber jetzt schon noch holen. Warte, muss ich ja hier wieder... Ach, Mann. Ja, yeah. Wir sind ein bisschen langsamer beim Zuschlagen, finde ich. Halt's Maul. Ja. Ja, wenn, dann will ich hier schon alle Seelen mitnehmen. wie wir abgreifen können. Wirks. Äh. Oh, oh. Das war auf einen Streich. Das ist sehr schön. Raumschlupf, finde ich. Du da noch. Oh. Der da noch. Er ist ganz gut, um die Seelen zu farben, erst mal, ne? Hier einfach überall durchwaschen. So. Aber jetzt. So. So, dann holen wir uns hier erst mal. Den hier auch gleich noch. Blöder Brache. So, und dann ist da oben noch er. Und die hier. 1.718 Seelen. Ist ja mal gar nicht schlecht, würde ich sagen. Wo? Wo? Erst mal einen nehmen. So, du da. Ich hab' ich doch gewusst. Wo hier oben ist sonst keiner. Fernglas. Ja, gut. Könnten wir uns jetzt hier mal alles ein bisschen näher ansehen. Mal schauen, wie geht denn das? Äh. Ne, ne, warte mal erstmal ausrüsten. Äh. Kann ich denn das reinpacken hier? Fernglas. So. Na ja, sonderlich näher ran ist das jetzt nicht, finde ich. No, ein kleines bisschen näher dran. Okay. Es hat sich jetzt nicht so gelohnt. So ein Fernglas. Weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall erstmal alles niedergemetzelt. Wir haben wieder gut Seelen. Die wir vielleicht auch schnellstmöglich umsetzen sollten. Na. Wir wissen ja, wir sterben schnell. Also ich. Dementsprechend gehen wir mal noch schnell was draus machen. Wenn das schon geht. Vielleicht reichen die gar nicht. Das wäre natürlich blöd. Wir brauchen mehr Vitalität. Damit wir ein bisschen mehr aushalten. Wir brauchen vieles. Muss ich sagen. So, geht schon. Oder? Ja, geht schon. Vitalität. So. So, dann geht unsere Leiste ein bisschen hoch. Vielleicht mal. So, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Bis dahin. Tschüüüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Vielen Dank.